Hey Jan, da sind wir wieder! Hey, Olli! Hallo Leute! Willkommen im Park am Gleis 3. Hallo Berlin, hallo Brandenburg. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Es ist der letzte große Sommertag in diesem Jahr. Macht doch mal das, was ihr den ganzen Sommer noch nicht gemacht habt. Liebt euch, lebt zusammen, fasst euch an der Hand, springt durch den Brunnen, habt Spaß! Küsst euch! Ist das schön, Olli! Ich genieße das tolle Sommerwetter. Du bist ganz haarig, du kleines Pfeil bist. Ah, sagst du, Kniestrümpfe an, die sehen aber schön aus. Du hast ja ganz schöne Hotpants, warum sind denn die so eng? Das sind keine Hotpants, das sind meine Oberschenkel. Und heute sind wir hier angetreten, um den Ruf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei Olli in den Schmutz zu ziehen. Liebe Kinder, heute könnt ihr noch bis 18 Uhr auf Roberts Kopien, dem Chef von Radio 1, der ausübsen von der Intendantin des RBB, aus Dank für die tollen Quoten von Radio 1 im letzten Jahr, als Hüftburg aufgeblasen und in den Park an Gleis 3 gestellt wurde. Und ein wunderschönes... Kaiserwetter hat man vor 100 Jahren gesagt. Kaiserwetter hat man gesagt als Kaiser Wilhelm, der Erste. Nicht der Zweite. Der Zweite war ja leicht bescheuert. Der Erste war, glaube ich, der halbwegs smarte Big Player. Und der ist nur rausgekommen, wenn das Wetter geil war. Deswegen hat man gesagt Kaiserwetter. Ach so. Für die einfachen Leute, die vor der Bühne gerade stehen, mit ihren Hunden aus Kreuzberg gekommen sind, mit Pfandflaschen sich das Bahnticket erarbeitet haben. Aber da sieht man immer noch, wir sind ein Magnet für den Außenseiter der Gesellschaft. Ich hatte kein Geld, ich habe mir den Winterurlaub erarbeitet und zwar habe ich beim zweiten Teil von Bibi Blocksberg mitgespielt. Hast du mich an Tina? Nein, Bibi und Tina. Ich spiele das Pferd Amadeus. Ich bin eingeritten vom Bibi Blocksberg. Und gestern war der allerletzte Drehtag und ich spiele den Bösewicht Angus Norty. Das ist der Bösewicht, der die ganzen Pferden... Angus Norty? Bist du dir sicher, dass es Bibi und Tina ist und nicht irgendwas, ich sag mal... Bibi und Tina die geilen Säue Teil 15 ist, weißt du? Und hier kommt Angus Norty. Und sein erster Satz ist... Warum liegt denn der Stroh auf dem Boden und warum ist hier kein Pferd? Eine Sache muss man... Ich muss eine Loyalitätsbekundung gerade mal ganz kurz machen. Vor drei Jahren haben wir bei Radio 1... Nein, vor zwei Jahren... Es ist vor zwei Jahren, aber drei Sendungen. Ja, vor zwei Jahren haben wir bei Radio 1 angefangen und wir werden fast... Also wirklich, selbst der Fördner hat sich geschämt für uns. Und wir wurden mit Mistgabeln tatsächlich wirklich vom Hof gefegt, kurz nach der Sendung jedes Mal. Inzwischen haben wir eine treue Fanbase uns erspielt. Radio 1 hat uns groß gemacht. Wir senden bundesweit. Robert Skupin, die da hinten gerade sitzt, die große Dampflok der deutschen Modellation. Immer noch... Dampflok ist heute mein Lieblingswort. Ich würde gerne gleich mal ins Publikum gehen und fragen, weil es ist ja so, dass die erste... Olli macht sich deine Unterhose. Hast du, äh... Und dein Arsch ist auch geschminkt. Sag mal, was hast du denn? Was... Nur der Coin-Slot ist... Zum Glück teilt sich die Menge, denn Olli hat eine... Nee, nicht auf den Tisch, Olli! Nicht auf den Tisch! Nicht auf den Tisch! Olli, nicht auf den Tisch! Nicht auf den Tisch! Nein! Nicht! Sag mal, hast du... Hast du hinten Nutella in der Unterhose? Oder ist da... Ist da was Schlimmeres passiert? Ganz kurz, ich stehe jetzt vor einem Pärchen gegenüber. Sie tragen beide was für Hosen? Radlerhosen! Radlerhosen! Sind aber mit dem Auto hier, oder? Zeitreisende aus den 80ern! Was fahren Sie für ein Modell? Oh... Triumph! Triumph! Da kann man nichts zu sagen! Ein großer Applaus für das Pärchen vom Nordkap! In unserer Sommerpause auch mit unserer Sendung, habe ich auf einmal einen riesigen Schock bekommen. RTL hat Spiegel-TV abgesetzt gehabt. Ja! Und zwar, ich glaube, es hat direkt mit unserer Sommerpause zu tun gehabt. Wir liefern jeden Sonntag hier die Spiegel-TV-Vorhersage und als wir weg waren... Waren die Redakteure planlos. Planlos, radlos. Sie wussten nicht, was sie machen sollen. Alle Hells Angels-Bosse sind eingekerkert. Es gibt jetzt aber neue. Ich habe gestern gelesen, der Oehner, der Box-Promoter Oehner... Ach, sehr gut! Der hängt jetzt mit den Hells Angels ab und versucht neue Kontakte auf. War denn nicht mal mit der einen, mit der kleinen Thomalla essen und hinterher hieß es dann, da lief nichts, obwohl die irgendwie morgens um vier da im Hotel saßen oder so? Da lief auch nichts. Sie haben einfach wahnsinnig... Geredet, in der ganzen Nacht im Hotel durchgeredet. Frau Thomalla und Herr Oehner sind große Philosophen, die sich einfach ein bisschen über die Probleme unserer Gesellschaft unterhalten haben. Achso, also wir haben... Eigentlich waren wir wieder unserer Zeit voraus. Ich habe schon vor Putin gewarnt, letzten November. Und jetzt, guck mal an... Ich habe Putin noch als... Du hast gesagt, wir sprechen da nicht drüber in der Sendung. Jan, hör auf, das interessiert keinen. Ich habe gesagt, man muss aufpassen. Und jetzt stehen die Russen quasi direkt vor Berlin. Ach Olli, ist das schön, wieder zusammen zu sein. Das ist total schön. Meine Frage ist jetzt so ein bisschen... Wie machen wir das jetzt die nächsten eineinhalb Stunden noch? Also weil... Wir haben uns immer noch was eingefallen. Und wenn wir einfach ein Kleinkind an diesen großen Radio 1 Ballon binden und beschreiben, wie er in den Himmeln fliegt... Der kleine Anton hat eine Frage. Wo sind die Luftballons? Bei uns in den Köpfen, Anton. Bei uns in den Köpfen. Die Luftballons... Anton, willst du einen Luftballon haben? Ja, Anton ist sofort abgehauen. Hier sind zwei Erwachsene mit Luftballons. Warum gibt ihr dem Anton nicht einen Luftballon ab? Diesen Medizin bei großen Luftballons, der über uns schwebt, den kriegt der Anton einzige Herausforderung. Er muss ihn mit nach Hause nehmen, ohne nach oben zu fliegen. Anton, bleib da bei deiner Mama. Ich organisiere dir einen Luftballon, okay? Versprochen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue heute... Och Olli, es tut man nicht so volkstümlich, du. So, mal einen Luftballon hier abkappen, bitte da hinten. Ja, da ist schon jemand... Das machst du doch nur, weil jetzt das Mikrofon alles... Das ist mir peinlich. Dieser billige Populismus von dir mit diesem riesigen Radio 1 Luftballon. Fotografen mal bitte, wie ich dem Kind den Luftballon gebe. Fotografen mal bitte alle her, wie ich... Können mal bitte alle Fotografen ganz kurz kommen? Hier, süddeutsche Bild. Alle mal herkommen. Wo ist der kleine Anton? Ja, ja. Der kleine Anton aus dem Kinderheim, den wir hier befreit haben. Anton, das ist der Bösewicht aus Pippi und Tina. Trau dem nicht. Olli, du bist wirklich... Du bist ein totaler Spalter. Gerade eben haben wir so viel Spaß gehabt, als die Leute vor den Radiogeräten nicht zugehört haben. Und jetzt auf einmal sind wir wieder so konformistisch. Ach, du bist auch... Jetzt reden wir wieder mit Schere im Kopf. Lass doch einfach mal die Hosen runterlassen, wie eben Olli. Lass doch ruhig mal darüber sprechen, wie wir uns in den letzten sechs Monaten hier kommerzialisiert und verkauft haben. Auf allen voran... Das wird doch keiner hören. Doch, morgen bist du wieder mit deiner verkackten Scheiß-Sendung auf diesen verfickten... Hätte ich fast gesagt. Hätte ich fast gesagt. Wer ist denn derjenige von uns, der sich seit Jahren hier im Privatfernsehen wirklich... Also für den kleinsten Euro an den Erstbesten dranschmeißt? Ich, ich. Ja, genau. Wer ist derjenige, der seit zehn Jahren in der Nische sein Dasein frisst, dann einmal... Ich, ich. ...einmal zu versuchen... Mit bestem Willen... Ich. Nein, du überhaupt... Du weißt doch gar nicht, wie das Geschäft funktioniert. Das verrätst du dir, dass du einen Fernsehpreis nominiert bist. Ich habe schon Unterhaltung gemacht. Da bist du noch mehr Absorben. Ach, jetzt hör doch auf. Hör doch auf. Jetzt spiel doch nicht dein Alter gegen mich auf. Dafür bist du eher weg von der Erde, mein Lieber. Du bist zehn Jahre älter als ich. Und so wie du lebst... Überhaupt nicht wahr. Ich brauche dumm. Ich brauche dich auf allem in deinen Fernsehpreisen, weil fünf Jahre geb ich dir noch, du. Meine Damen und Herren, was Sie jetzt nicht sehen können, denn soeben haben zwei Minderjährige das Publikum mitreden. Zwei Mädchen, die... Ungefähr acht oder neun. Mit anderen Worten, wir reden jetzt ganz toll einfach über die schönen Dinge des Lebens. Ja. Meine... Wir sind leicht gehämpft. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen überlegen... Nein, das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen... War ich mit meiner Tochter am Strand und dann kam eine Mutter mit ihrem Kind weg. Das Kind so, du redest ja genauso wie im Radio. Und dann meine ich, ich höre sie immer unsere Sendung. Und dann meinte die Mutter, ja ihr hört sie immer. Ist ja nicht ganz jugendfrei, was ihr macht. Aber wir haben noch kein einziges Mal Analsex gesagt in der letzten halben Stunde. Haben wir nicht, aber wir sagen jetzt Analsex, weil jetzt kommt Verkehr, Funk, Wetter und noch viele geile Sachen mit unserer geilen Radioeinsprecherin. So, ab geht's. Was? Ich habe eine Abmangel bekommen. Warum? Angeblich, ich muss mich jetzt ganz vorsichtig ausdrücken, ich soll angeblich sogenanntes File-Sharing betrieben haben. Ernsthaft? Ja, angeblich gegen so einen Film namens American Hustle, den ich angeblich heruntergeladen haben soll. Hast du den denn heruntergeladen? Nein, ich kann mich daran nicht erinnern. Mein Netzwerk ist eventuell nicht ausreichend gesehen. Ich kann mich daran nicht, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich muss jetzt 700 Euro bezahlen. Und ich wollte fragen, ob du mir das Geld leihen kannst. 732 Euro. Mach ich, klar. Wirklich? Also bevor du ins Gefängnis gehst, obwohl das würde ich auch gerne mal sehen, du im Gefängnis, mit dem Körperbau eines Zwölfjährigen im Gefängnis, für drei Wochen oder so, da wirst du für drei Wochen eingebuchtet. Ja, aber ist doch nicht schlecht. Ich würde mich da hoch oder runter schlafen, je nachdem, worum geht's denn, wenn man da mit Leuten Geschlechtsverkehr hat. Hoch oder runter. Kennst du meinen Gefängniswitz? Soll ich ihn erzählen jetzt? Ja, erzähl doch mal bitte. Das große Frühlingsfest der Volksverhetzung mit Olli Schulz und Florian Silbereisen. Du gönnst mir das nicht, dass ich noch eine andere Kunstform gefunden habe, um mich auszudrücken. Weißt du, wo fällt mir jetzt gerade ein, wie ich glaube, bestimmt 33, sechste Stunden in der 10. Klasse verbracht habe, nur mit der Simulation des Gefühls, morgens auf dem Campingplatz in Frankreich, 7 Uhr, und man hört so langsam die Reißverschlüsse. Weißt du so... Darf ich das mal versuchen zu emulieren? Frankreich Campingplatzfeeling mit Reißverschlüssen. Jan öffnet jetzt deine Hose. Nee, nee, nee. Ich hab da drunter so... Soll ich ranhalten? Was wir gerade jetzt nicht sehen können, liebe Radio 1-Hörer, ich bin mit 5 Sekunden, äh, 5 Zentimeter nah an Jans Penis in meinem Mund ran. Aber ich komm nicht näher ran. Wenn ich den Reißverschluss aufmache, dann kriegst du ein blaues Ohr. Hallo kleiner Vogel, kleiner Vogel auf dem Baum, mach das VPN Netzwerk an, wenn du nen Torrent lächst. Oh, das ist ein Rutt, 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 das ist ein Rutt. I wanna fly, wanna touch my body tonight. Olli, wir haben 17.15 Uhr. Wenn du jetzt dann wirklich das letzte Pulver verschießt... Nee, jetzt hier noch nicht, aber ich wollte nur wissen, soll ich heute noch, weil ich hab die Gitarre extra mitgenommen, noch einen Song nachher spielen. You are such an attention whore. Du brauchst wirklich andauernd... Du zum Glück gar nicht, Jan Böhmermann. Du bist so gegroundet. Ja, ich bin, ich bin... Ja, guck mal, allein wie wir schon... Siehst du schon an der Körperhaltung. Ich sitze, du stehst, du, was machst du jetzt hier an? Auf Kim Basinger oder was ist das? Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, der ehemalige, die Ice Bucket Challenge gemacht hat, dann geht's nicht mehr weiter nach oben. Dann ist alles, was danach kommt, ist leider nicht gut. Hast du Anfragen gehabt? Hat der... Ja, mich haben drei Leute nominiert. Ich reagier da gar nicht drauf. Nee, ich auch nicht. Ich will gar nicht sagen, dass das scheiße geil ist. Ich will mich einfach zu nichts zwingen lassen. Ich finde es dumm, dass man... Ich finde, jeder sollte sich selber entscheiden, wofür er was spendet. Ich finde das albern, wenn Leute sich dagegen positionieren. Nee, lässt mich alle in Ruhe damit. Oder Leute sagen, hey, ich mach das. Jeder soll das so machen, wie er will. Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich hab aber mal sowas ähnliches vor drei Jahren versucht. Es gibt in Kreuzberg, gab's einen Laden, Angry Chicken. Da gab es so kleine Hähnchenteile in so einer Zimt-Zitronen-Soße. Fand ich eigentlich ganz lecker. Und da hab ich mich da angestellt. Nur Hipster-Arschlöcher da drin gewesen im Laden. Und so ein Typ, der nur Englisch spricht. Und so, yeah, you want six chicken parts, okay. Und macht dann in so zwei Fritteusen immer nur sechs Stück rein. Und du wartest ewig. Und wartest, anstatt dass er 20 Stück da reinmacht. Und ich war so genervt und mein Kumpel und ich sind irgendwann abgehauen. Und ich war so sauer auf diesen arroganten kleinen Scheißer aus Amerika. Weißt du? Ich hasse unprofessionelles Personal. Ich schau dir das mal an. Kaum leer, neue Cola. Sehr gut. Das ist Service. Und ich war so aggressiv. Und jetzt kommen wir zur Ice Bucket Challenge. Ich hab mir dann einen blauen Müllsack genommen in meiner alten Wohnung in Kreuzberg. Und hab gesagt, ich werd da eine Woche reinscheißen. Und dann komm ich mit diesem blauen Müllsack und schleiter ihn in die Fritteuse. Und dann hab ich nach zwei Tagen hat mich meine Frau gefragt, warum ist eigentlich der blaue Müllsack da auf dem... Bei uns irgendwie... Und ich hab dann gesagt, ach, das war eine Schnapse-Idee. Aber... Das find ich... Falls irgendjemand, die Leute von Angry Chicken von diesem Laden, die gibt's glaub ich auch nicht mehr, keine Ahnung. Also, falls jemand dabei involviert war, die sind ganz knapp am Desaster vorbeigeschrammt. Das könnt ihr denen mal ganz kurz mitteilen. Ich hab mehrere Fragen. Warum fiel dieser Scheiße Sack erst nach zwei Tagen auf? Und dieser neue Leute... Der war in meinem YouTube-Zimmer, der Balkon. In meinem YouTube-Zimmer? Du hast da ein YouTube-Zimmer? Nein, YouTube-Zimmer ist ein Zimmer, wo man sich zurückzieht, wenn die anderen alle schlafen, und man auch mal in Ruhe vom Rechner recherchieren will. Oli, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab die ultimative Idee für ein neues YouTube-Format. Weil wir sind ja immer noch Deutschland. Wenn man die deutsche Vergangenheit mischt mit einem aktuellen YouTube-Format, dass man quasi einen Haul macht, aber mit Nazis. Ich würde das Haul Hitler nennen. Und der Führer, quasi der Führer selber, erzählt quasi, was er eingekauft hat. Ich war heute bei Rossmann. Ich war heute bei Rossmann. Ich hab mir... Ich hab mir heute einen Bimmstein gekauft. Ich hab aber ein Problem mit meiner... mit meiner Hornhaut. Es gibt in Hamburg ne ganz traurige Geschichte. Hey, du musst da... Oli, ich pitch dir hier ne Geschäfte, weißt du... Ja, das ist was... Für solche Ideen müssen hier in Berlin Agenturhunde sterben, Alter. Köln. Ist das ein Agenturhund, der da eben lag? Nein, das ist, glaub ich, Blondie, oder? Hallo, liebe Freunde, da sind wir zurück, sanft und sorgfältig live, exklusiv auf Radio 1. Ey. Licky, licky, licky. So, Jan, und jetzt ist es soweit. Endlich ist es soweit. Die erste Ausgabe nach der Sommerpause. Die Großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schultz. Und heute geht es um die Großen Fünf, Celebrity-Frauen, mit der wir uns vorstellen können, dass unser Partner zusammen wäre in der Öffentlichkeit und ein öffentliches Leben führen würde. Platz Fünf ist, fangen wir mal sachte an, Jenny Elvers. Ich und Jenny Elvers. Jenny Elvers, die Jenny Elvers, bekannt aus Funk, Film und Entzugsklinik. So, meine Platz Fünf, mit wem ich dich wirklich sehen könnte auf dem roten Teppich jetzt schon, bei Partys und so, ist Sandra Maischberger. Ah, okay. Die ist ein Politclown, genauso wie du. Ja. Aber die seriöse, du bist ja mehr der, der so witzige Sachen macht, Sandra Maischberger macht so Sachen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du mit Sandra Maischberger zusammen wärst, würdest du dafür kämpfen, dass ich aus der Sendung rausgeekelt werden würde. Du meinst hier oder wie? Ja. Nee, aber warum Quatsch? Böhmermann und Maischberger klingt fast so wie Roach und Böhmermann und das ist irgendwie... Fast nur halb fünf Silben mehr. Die ersten Leute verlassen das Publikum, tschau, mach's gut. Wenn du jetzt gehst, lösen wir uns auf. Also Lena Maischberger ist doch eigentlich super, ist doch auch schmeichelhaft, oder? Dass ich... Ja, also kann das Publikum sich auch gut vorstellen, oder? Ja, oder? Ist das... Ja, ja, ja. Ja, ich seh ein Haar. Viele Frauen sagen, warum hat er nicht meinen Namen genannt? Weil ich euren Namen nicht kenne. Ganz einfach, aber ich also... Also die meisten, die hab ich schon geschlafen. Also ich kann euch sagen, von wem willst du den Namen wissen? Oh Gott, kein Meer. Von dem mit dem Vollbart. Von der mit dem Vollbart. Das ist Kai, das ist ein super Küsser. Die großen fünf der Frauen, mit denen wir uns den jeweils anderen... Guck mal, der hat meinen Kuss geschluckt. Mach das nochmal, Kai. Das war witzig. War auch. Der hat meinen Kuss geschluckt. Oh. Hast du gesehen? Oh my God, he swallows. Pass auf, Jan. Was eigentlich der Hammer wäre einfach, wenn du mit Charlotte Roach zusammenkommen würdest und ihr einfach wieder euch... Und diesmal ist es Liebe. Das ist die perfekte Nummer eins meiner Meinung nach. Und sie wird ihr drittes Buch veröffentlichen, wo es nur um dein Geschlechtsfall geht. Und wie lange man da... Wie viel Gummibärchen man unter deine Vorhaut schieben kann. Also mit anderen Worten, das wäre wahrscheinlich das allerbeste. Das waren die großen fünf. Tschüss. Bis nächste Woche. Nächste Woche, ne? Ja, nächste Woche wieder. Dann... Und so, nächste Woche wieder, deine Leben lang. Tschüss, danke dass die ninguna Walter fragmen hat. Ja, sehr dank. Tschüss.